Wir sitzen hier schon seit über zwei Stunden und uns ist immer noch nichts Richtiges für diesen Wettbewerb eingefallen. Das Thema ist doch irgendwie kompliziert. Du meinst Grusel-Wusel-Heiterkeit? Ja genau, aber morgen ist schon ein Sendeschluss. Wenn wir an dem Wettbewerb teilnehmen möchten, müssen wir uns jetzt echt schnell was überlegen. Fällt dir denn nichts ein? Nee, mir fällt absolut nichts ein. Warte, ich hab die Idee. Wir machen etwas ganz Bizarres, etwas richtig Verstörendes. Das hat dann irgendwas mit Halloween zu tun. Süßes, sanftes Zonnis. Ach verdammt, dieses Bizarre ist irgendwie blöde. Aber ich hab eine andere Idee. Die ist gruselig und auch ein wenig heiter. Klingt interessant. Hallo, ich bin der Lead-Gitarrist in der Band Drei Vampire und kein Kontrabass. Ich möchte euch heute ein Lied aus meinem neuen Album vorstellen. Das heißt, I love the sunshine, but it kills me. I love the sunshine, but it kills me, it kills me so hard. Cause I'm a vampire, I'm a vampire. And if I saw the sunshine, I say fuck, 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 fuck. Cause I'm a vampire. Also das war unser neuer Song. Wenn der euch gefällt, könnt ihr den auch bei iTunes runterladen. Und uns somit unterstützen. Wir starten auch demnächst eine Tour durch ganz Transsilvanien. Vielleicht seid ihr mit dabei. Prost Halloween. Ach Quatsch, das ist totaler Unsinn. Mit sowas brauchen wir das gar nicht anzutreten. Hast recht. Aber was hältst du davon, eine bekannte Filmszene nachzuspielen? Ja, okay, ich bin dabei. Bis zum nächsten Mal. Diese Psycho-Szene einfach aus dem Kontext gerissen ist doch auch irgendwie blöde. Aber eine letzte Idee habe ich noch. Und zwar, wir machen einen Film über den Film. Und zwar, wir machen einen Film. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.